Ja, oben lang ist viel schneller oder? Naja, du bist durch diese goldenen Ringe, wenn du gehst, kriegst du so einen Speedboost. Also du sprintest da legit instant schnell durch, aber wenn du immer so weit hinten bist wie wir, wirst du einfach von allem möglichen geblockt. Ey, es bleibt mein Pei. Ach, der vor mir bleibt AFK stehen und ich hüb voll in den Reihen. Ich werde runtergehauen von den so neuen Typen. Oh mein Gott, das ist knapp. Wieso bleibe ich denn jedes Mal hier hängen, auch letzte Runde? Digga Leon, wie warst du unten schneller als ich oben? Ich bin oben noch nach dem Weg. Ich bin noch nie durchgekommen. Ok, wir sind Zweiter. Ach nööööö. Ey wir sind übel gut. Schau mal wie viele Punkte wir haben. 175. Ich bin sane. Ich werde mich jetzt wieder muten. Orange, Melone. Melonen Orange. Oh mein Gott, Digga. Traube, Banane, Melone. Traube, Banane, Melone, Kirsche. Traube. Mann! Mann! Das ist so lächerlich. Ich wollte gerade drüberhüpfen auf die scheiß Plattform und wurde weggebummst. Oh Gott. Gute Nacht, Niggi. Ja, wir sind noch Erster auf jeden Fall. Ja, das sollten wir geschafft haben, oder? Ja, ja. Easy. Alter, wurden die weggeheatet. Naja. Qualifiziert. Ich möchte eigentlich rein... Ja, rein geh ich jetzt links, Alter. Leck mich. Ich glaub's ganz normal. Jaaaa. Jaaaa. Da kommt Erster Monge. Ich bin da nicht drin. Digga, da war... Ich wurde abgeräumt von so hässlichem Scheiß und Orangen. Der Hammer hat mich nach unten geschlagen. Oho. 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 Perfekt. Perfekt, Digga. Ich bin relativ weit vorne jetzt. Digga, ich bin doch nicht neben die Map geflogen. Es war aber ganz knapp. Let's go. Nice. Nice, Alter. Wir sind Erster. Oh mein Gott. Ah, Niggi... Wenn jetzt auch Niggi nicht mehr choked, dann können wir uns den ersten Platz holen. Niggi kann das Spiel nicht. Bildersprung. Hehehehe. Hehehehe. Zack. 83, Digga. Es ist alles so kacke. Digga, ich bewege mich wieder nicht. Sie kommt eigentlich so spät, immer so ein Kack rennen, Alter. Was machst du? Gut, Alter. Ja, toll. Ich bin da Niggi hängen geblieben. Digga, ich fall einfach um, während ich den Wert gekauft habe. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Oho. Recht. Ich bin dagegen geflogen, weil ich abgeschossen wurde. Rechts und jetzt links. Let's go. Oho. 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 Es war rechts, links, links. Echt? Oho. Es könnte auch sein, dass es sich ändert, glaube ich. Vielleicht. Digga, letztes Mal war das hundertprozentig rechts, links, rechts. Weil da war ich nicht. Ja, ich bin im gleichen Weg gelaufen wie du letztes Mal. Geil. Wippe ist auch anders. Nicht rechts ist das Gute. Aber jetzt war ich wieder bei den Wippen. Komm schon, Spiel. Komm. Ja, schön. Let's go. Die Wippe ändert sich dann. Okay, wir sind alle recht weit vorne. Leon, wir nehmen uns die nächste Wippe. F9. Scheiße. Let's go. Let's go. Ihr seid beide vor dem einen Du reingekommen, ne? Wichtig. Wo sind die Haters? Da kannst du halt relativ früh loslassen eigentlich. Oder du lässt gar nicht los und fällst dann runter, weil du es nicht so lange halten kannst. Was ist jetzt, wenn die beide 50 Punkte haben und beide raus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube dann der, der früher die Punktzahl erreicht hat, bleibt weiter. Er ist nämlich noch drin. Okay, vier Trupps. Let's go. Ihr werdet ja auch nicht dafür bezahlt, dass sie kreativ sind. Ihr werdet ja dafür bezahlt, dass sie einen Battle Pass einfügen. So sieht's aus. Und dass der Battle Pass jetzt 100 Stufen hat, weil Epic Games Spiele alle 100 Stufen haben. Echt so scheiße 40, die einfach erreichbar sind. Wir machen 100. Digga, irgendein Penis pimmelt mir hinterher, alter. Achtung, außen sind Löcher schon auf dem äußersten. Ich weiß nicht, ob ich reingemacht. Was denn? Bin voll dabei. Nope. Oh mein Gott, der hat mich festgehalten und es selber hat untergefallen. Alter, war das knapp. Digga, war das Karma. So ein Sack. Da hatte ich vorhin auch jemanden. Der Idiot ist gegen mich gelaufen. Und blockt mich einfach nicht. Nein. Irgend so ein Idiot hat sich selber ausgedrückt und mich auch. Du schaffst es. Du schaffst es. Keine Chance mehr bei mir aufs Ende. Ja, Benne. Oh, let's go! Wichtig. Wichtig. Zeig! Ich habe mir so einen guten Spot ausgesucht am Ende. Wichtig, da ist der Robot. Ah. Boop, boop. Hm. Aller Problem-Finding-Match. Wow. Wenn jetzt wieder die Server down sind, so wie damals immer. Alter, jetzt sind echt die Server down. Ja. Alle guten Dinge sind nämlich... Ja, nee, Digga. Ja, Server sind halt wieder down. Ja, Jungs, ich bin aufnahm. Die kriegen ihr Spiel nicht gebacken! Nein, ich bin wieder...